Das Hotel Kuhfelder Hof und Antenne Motorstadel präsentieren Es ist wieder soweit. Kuhfelde ruft und alle Biker kommen. Das neunte Bike- und Musikwochenende in Kuhfelde vom 17. bis 20. Juli. Folgende Livebands sind dabei. Ski-Came The Daltons Thunderbelts ACDC Show Skis Country Trash Volle Action auf dem Gelände mit Bierzelt Stunt Show Mike Appel Drag Race Burnout Show Bike Wash Strip Show Feuerwerk Das ist krasslich! Nutzt eure Bikes für die Ausfahrt Camping und Duschen frei Günstige Unterkunft im Hotel Kuhfelder Hof am Parkplatz 1 29416 Kuhfelde Infos unter www.hotel-kuhfelder-hof.de Telefon 039 035 97690 Wir wünschen euch viel Spaß und rockt das Wochenende Das neunte Bike- und Musikwochenende in Kuhfelde Endlich hat das aber gedauert An der B248 Richtung Salzwede Du mach hoch die müden Knochen! Vom 17. bis 20. Juli in Kuhfelde D ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020